Das habe ich geliebt. Jetzt sieht man die ganzen Konturen. Und jetzt wird er das alles hier drauf malen. So, Step by Step. Die sehen immer sau nice aus, die Kunstwerke. Wo ist der Hund? Der ist ja hier in der Mama. War da. Ja, ziemlich gut. Aber ich kann noch mehr Details, wenn ich will. Ich habe es genug gesehen. Es ist Zeit, jetzt zu drehen. Jetzt kommt der Kleine. Oh Gott. Voll nice. Jetzt müsste es doch mal langsam fertig sein, das Essen. Wenn ich schon sagte, zum Überbrücken. Geht doch. Okay. Dinner ist bereit. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Aber ich liebe die Darlene. Und der Ice cream. Yum. Oh, du willst auch ein bisschen, oder, Musherum? Bon Appetit, Musherum. Mann, sie liebt das Ding. Ich mein, klar sind Regeln, aber... ...für die beschissene Zeit. Ähm, okay. Ich muss ihm die Pläne zeigen. Ich denke, ich habe es mit meinen Büchern verlassen. Hm, nichts hier. Daniel, was hast du mit der Pläne gemacht? Hm, was hast du? Was hast du mit der Pläne gemacht? Ja, was hast du mit der Pläne gemacht? Oh, diese Pläne. Es ist in meinem Büchern. Entschuldigung, Sean. Was hast du mit der Pläne gemacht? Was hast du mit der Pläne gemacht? Oh, was hast du mit der Pläne gemacht? Okay, komm, du Baby. Let's go, girl. Hey, Mann. Can du call your dog? I don't exist. Mushroom, come here, girl. What a great team. Da liegt sie doch. Time to play dad, dog. Was haben wir hier noch? Ja. Ja. There is someone at the door. What the? When did he show up? I don't know. Mother. Daniel? Got you. Pisser. Ja, obwohl, er hat sich ja nur gerecht. Ja. Okay. Okay. 1-1. Good job. Haha. You almost shit your pants. Of course I did, man. Wir haben den Abend mit den Hasen verarscht. Jetzt darf der auch einmal. Okay. I think... It's time for us to hit the road. You're not getting better. We're almost out of supplies. No. I'm okay. It's just a cough. Yeah, a bad cough that won't go away. Trust me, Daniel. You need some medicine. Look. Here. Evertrick? What's that? That's where... Karen's parents... Our grandparents live. Okay. So what? So we can go there and... They'll probably help us. Why do you always force us to run, Sean? What if they... Don't like me? They're family, right? They're family, right? Plus they always for what Karen... For what mom did. Um... You sure? It would be cool to spend Christmas with our grandparents. Man. They're gonna love you. Grandpa's super cool and... I'm sure you guys will be best buds. Well... Okay. But... Mushroom has to agree too. She's part of the team. What do you say, girl? Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. We have a long road ahead. Hmm... We should do something fun for our last night here. How about a team with dice? If I win... I get to draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, pussy. Party time. Okay. Ready to lose, Captain? Watch your butt, matey. Würfeln? Here we go. Just need a six, a five and a four. Sheesh. Yeah, a four have we do. So... The four is yeah... ...lose and they all gleichzeitig würfeln. Give me a six. Still incomplete? Jeez. Sounds like a no score. What up? Ahoy, Captain. Ahoy! This is my last chance. Don't fail me. Vier. Yeah! Full ship and cargo. What are you gonna do? You just locked out. Death Boathe hinzufügen. A six. High score. How are you gonna beat that? And the hell's gonna beat that? Here you go, cargo. Good luck beating that, matey. Don't worry about that. Alright. Your turn. What? Come on. Six. Please. Six. Yes. Ship, captain, and crew. I need the score now. Pretty please. Okay. Okay. That will do. Zehn Punkte. Packst du schon? Okay. Let me throw now. Okay. What the hell? Dein Ernst? Are you kidding me? I can see the dice rolling, dude. What did I do? You're just binding a speed assist. Mmh. Stop cheating, man. You gotta be better than this. Especially now. Whatever. Whatever. If you're so fresh. I'll take it. Cool. Give me the same. I wonder what we would have done if we didn't find these dice. I don't know. Probably read all these books. Boring. You remember that time I'd be dead at chess? You mean we'd be dead? Yeah. You did help me distract them. Den tun wir noch hinzu. And now he would have liked this game. He was a great pirate. Just like us. Captain Diaz, King of the Seas. Yes. And he scores. And now? Alright. Now is the time for big numbers. Awesome. You'll do better than this time. Or not. Good luck beating that, matey. Don't worry about that. The dice are yours. Used in grandma and grandpa. We'll have a console? Uh. I don't think so, dude. Sorry. No baby. I like playing dice and stuff too. Whoa. Daniel the big nerd. Getting sick of screens. No way. It's nice for a change. But. I still want my play ball. Yeah. I bet. I hope Noah's keeping our Minecraft. Ooh. Look at these scores. Told you I win. You know what it means? Yeah. Okay. Okay. You can draw a dick. On my back. Hmm. Let me think. A wolf, of course. A wolf, of course. Guys, a wolf. Hold on. It's not an easy one. It needs concentration. Ta-da. Whoa. It's so cool. Thanks, Sean. So, let's do another one? It's time to sleep. It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. She has to pee. Okay, okay. I'll take her out for a walk. You're going to smoke. It smells like ass. You're right. Don't smoke. But... It's our last night, so... We can do anything. Alright, alright. I heard you the first time, dude. One's gonna say it's before you are leather. There's nothing Japanese. It's time to enter your body. It's time to take care and get over. You're ready. There's nothing else. Your father is in the chair. You're ready. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt nochmal offiziell Leute ZDF, 2020 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 Wie gehts? Es ist so. Ich komme. Willst du den kleinen helfen? Ja, gut. Hey, cool down. It's gonna be okay. I know. But... What did you pack in? What the... Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Your super strong big brother can help. Awesome. Thanks, Sean. Well... Looks like we're almost set. Where's Mushroom? Still peeing, I guess? I'm gonna check what she's up to. Okay. I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. But normalerweise finden die immer wieder zurück. Was machen wir denn jetzt hier? Na, den aufnehmen können wir nicht. Den können wir auch nicht aufnehmen. Umschauen will ich mich jetzt eigentlich hier nimmer. Medikamente könnten wir noch... Gut, nehmen wir keine mit. Peltflaschen können wir auffüllen. Was zum Saufen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das ist schon mal nicht verkehrt. No. Na, das war's aber auch schon wieder. Dann gehen wir mal, glaube ich, raus, oder? So, kommen wir hier noch was. Ne, der ist auch schon ausgebrannt. Tafelskissen. Na. Wieso können wir den nicht rausnehmen? So. Okay. All done. Where the hell is he? Daniel! 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 Der Hundesprung geht da lang, und er geht da lang. Will der noch was üben? Jetzt kommt der hier ja hier oben lang. Das ist doch das vom Hund. Jetzt mach keinen Scheiß, Alter. Was? Willst du mich ver... Nein. Oh nein. Ich würde gerne eingreifen. Oh Mann. Das zieht mich grad voll mit. Ist zwar der Lauf der Dinge, aber ich würde schon gerne wissen was er drauf hat. Hau rein, Bruder. Ich habe mich verletzt. Fuck! Fuck! Daniel! It just... It just happened! What's... happening to me? Shh! You... You just wanted to... Protect us! I... Save your strength! We'll... We'll figure it out! Okay... Oh no... It's alright. I'm right here. Fuck. I'm... 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 Du solltest es machen. Ist das alles? Du solltest etwas sagen. Goodbye, Mushroom. Du warst so ein guter Puppe. Ich will immer wieder vergessen. Rune durch den Schnee mit dir. Und wie du... Du schnudlst. Und... Ich werde dich nie vergessen. Ich werde dich nie vergessen. Ich werde dich nie vergessen. Good girl. Rest in peace. Du wirst nicht vergessen. Sean. Du denkst du sie in der Erde? Mit Dad? Ja. 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 Ich bin sicher, er wird nach ihr. Wait. Was ist seine Allergien? Ich weiß nicht. Ich werde mich nicht verletzen. Sie werden gut. Okay. Wir müssen weg. Es wird late. hat einfach mal einen fachenden Puma gekötet gekötet ich wünsche mir nicht, ich möchte noch eine neue Haus wieder komm, wir fangen die Ruhe was mit meinen Träppen? wir müssen sie aufbauen? sie werden die nächsten Rundlewäste bleiben hier Ja, voll schön. 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 Ja, voll. Ja, voll. Ja, voll schön. 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 Ja, voll.